Meine Wahl Hanf legal. Schöne Grüße aus Göttingen von Joost. Ich wohne ja in Göttingen, in einer Stadt, die momentan stark in den Schlagzeilen ist, weil hier tausende von Hanfpflanzen zu sehen sind und zu bestaunen sind. Eine gerillige Spaßaktion, die ich euch auch nur wärmstens empfehlen kann, eure Stadt mal auszuprobieren. Aber nun zum eigentlichen Thema. Es geht mal wieder um die Hanfparade. Meine Wahl Hanf legal. Kommt alle am 10. August ab 13 Uhr nach Berlin. Wir brauchen viele, viele Tausende dieses Jahr. Gerade in Zeiten der Bundestagswahl ist es umso wichtiger, wirklich ein starkes Signal zu setzen, dass wir für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, als Medizin und natürlich auch als Genussmittel sind. Endlich Schluss mit Krimi. Das muss deutlich werden. Am 10. August um 13 Uhr in Berlin. Tschüss. Endlich Schluss mit Krimi.